Willkommen zu einer neuen Woche The Simpsons Springfield. Happy Valentine's Day. Ich weiß nicht, wann Valentine's Tag ist. Nächste Woche, in drei Jahren, in zwei Wochen, in 100 Jahren. Keine Ahnung. Ich habe mich auch dafür nie interessiert. Ich habe das einfach wie ein ganz normaler Tag. War das für mich? Bäh. So, kann ich jetzt bitte rein? Das wäre lieb, dass ich jetzt in ein Spiel rein darf. Alter, draußen geht immer noch die Welt am Tag. Mann ey. Okay. Schmeckt das oder? Oh oh oh. Ja, das ist viel Situation. Also, ich bin ein vieles Dämon. Das ist ein Zimmer. Nein. Man gibt es hier. F-Mod ist auch von ihm. Oh, hier ist er. Hier ist er. . 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 Das ist so exciting, ich kann nicht mehr sehen, was wir sind. Okay. Undisputed Wut 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 ich muss sich das scheiß komm aufgabe mit morgen Oh. I'm your doggy, Quack Quack. Ha ha. Uh-huh. Where are the dodgeballs? Fine. I'm just shooting your voice. Oh, we're going. Oh, we're going to pull. What the... hot dog? Watch it. Wow. What the... Hm. I'm going to like totally waste you. I'm going to like totally waste you. I'm going to like totally waste you. What's going on? Oh boy. Sorry. Oh, it's great. 20 habe ich schon nicht wo ich bin mit der ersten jahr war ich die zweite 80 von dem ich weiß aber immer dass das hier voll ist dass ich jetzt jedes zeit machen kann naja bitte bist du da oben fertig bin ja voll er hat gesagt komm das ist es ist es ist es ist es I'll make them see things our way I'm happy to give anyone my autograph What about an original sketch or a snippet of my hair? Oh, alright, what? Now what can I ding dong do? Dude, that's harsh Is this about letting? You talking to Carl, dude Yep Well, now it's over Bis zum nächsten Mal Ciao, Leute Lasst eine Bewertung da Bis zum nächsten Mal Ciao, Leute